Hallo? Können Sie mich verstehen? Ja, was wollen Sie? Ich hätte gern die Adresse von Abdelbudali in Algier. Abdelbudali? Ich hab zwölf Abdelbudalis in Algier, Monsieur. Könnte ich Ihre Adressen haben und die Telefonnummern? Alle? Ja, bitte. Es ist dringend. Kein Problem. Haben Sie was zum Schreiben? Musik Du bist ein Star, was? Jetzt hör mir mal gut zu, Spatzenhirn. Dein Kollege da hat Schulden bei uns. Da draußen schwirren 50 Mille rum. Und du hast heute die Gelegenheit, das wieder reinzuholen. Geschnallt? Das heißt, der Star gibt uns heute eine kleine Privatvorstellung. Ja? Gut. Siehst du das Arschloch mit der Hackfresse da? Das ist dein Gegner, der Zahnarzt. 15 Jahre im Bau, 3 in Einzelhaft. Wenn du den schlägst... Sieh mich an, wenn ich mit dir rede. Wenn du den schlägst, schuldet uns dein Kumpel nichts mehr. Wir tilgen die Schuld und stellen den Zähler auf Null. Aber wenn du verlierst, wenn du verlierst, dann übernehmen wir dich und sind deine neuen Manager. Wir kassieren 70% von deinem Gewinn. Hm? Hab ich eine Wahl? Was hat er gesagt? Er hat gesagt, er ist einverstanden. Zeig sie, Momo. Eine Pause. Was? Ich brauch eine Pause. Was für eine Vollklatsche? Es gibt keine Pause. Du sollst spielen. Der will eine Pause machen. Schnarchzapfen. Komm, komm. Komm, komm, komm. Komm, komm. Komm, komm. Ich habe gewusst, dass du schaffst du hast über 1000 treffer gelandet du bist ein champion aber du musst noch besser werden Hör auf, Jackie, das war's. Deinetwegen musste ich mich mit diesen Gangstern abgeben. Die hätten Hackfleisch aus mir gemacht Was hat denn unser kleiner Promi? Braucht ihr jetzt Journalisten und Goldenen Sand, um Bull zu spielen? Dann spiel doch selbst. Spiel du. Es waren immerhin deine Schulden Wir spielen hier doch nicht zum ersten Mal um Geld. Scheiße Aber ich habe denen nichts geschuldet. Verstehst du? Es ist immer dasselbe. Du hast mich benutzt, wie immer Und ich habe mich wie immer von dir breitschlagen lassen. Meine Mutter hatte recht. Ohne dich wäre ich heute ein anderer Ich bin nicht verantwortlich, wenn du versagt hast. Was kann ich dafür, dass du so ein Faulpelz warst? Dass du keinen Ehrgeiz hast und vor dich hinvegetierst Ich kann nichts dafür, wenn du kein Mann bist. Was ist denn ein Mann? Einer, dem die Frau wegläuft? Pass auf, Momo. Jetzt gehst du zu weit. Bei dir komme ich ja nicht weit. Da gibt es keine Gefahr. Man fährt direkt an die Wand, du Versager Zu dem Versager bist du immer gern gekommen, wenn du knapp bei Kasse warst, ha? Mit mir kannst du jetzt nicht mehr so umspringen. Mit mir kannst du nicht mehr so umspringen Lasst mich in Ruhe. Mit euch will ich nichts mehr zu tun haben. Verzieh dich! Vergesst mich! Geh zu deinem Dorsi! Aber wenn er dich dann fallen lässt wie nach heißer Kartoffel, komm dich nicht bei mir ausrollen Denn diesmal werde ich nicht da sein, um dich zu trösten. Hast du verstanden? Hey Kleiner, wie heißt du? Äh, Mokta. Aber alle Welt nennt mich Momo Können Sie Pétanque spielen, Monsieur Momo? Das ist aber schwierig, ja? Schwanz ab, wenn er das schafft. Was ist denn das für eine Krumotur? Das passiert immer, wenn man nachdenkt. Da hätten wir es wieder, dein verfluchtes Buhl. Hört das nie auf. Ich bin da an einem großen Kuh dran. Ich kenne ein Riesengeschäft. Jackie? Tun dir die Beine weh? Von vielen Klinken putzen? Ich will im Juni einen internationalen Pétanque-Wettkampf organisieren. In Bissi. Das ist ja der große Kuh, wenn Sie einfach kein Champion mehr werden. Ein paar Details ran, unterbrechen Sie mich. Ich bringe Ihre Lieferung. Danke. Hier, probieren Sie. Hat meine Mutter zubereitet. Klebt ein bisschen. Naja, wie alle Mütter. Nein, das Couscous. Was ich dir jetzt beibringen werde, wissen bloß drei, vier Typen in ganz Frankreich. Der Nächste. Ah, Couscous. Unser Freund mag ja aus Nordafrika kommen, aber das ist kein Grund, ihn einfach Couscous zu nennen. Wer ist dafür, dass wir ihn nehmen? Und wie ist das neue Leben, Mokta? Der Ruhm, das Blitzlicht und all das? Was hat denn unser kleiner Promi? Braucht ihr jetzt Journalisten und Goldenen Sand um Pool zu spielen? Vergesst mich! Sie sind kein Franzose. Sie sind illegal hier. Mokta ist da. Das ist das Beste für alle. Ich komme wegen Mokta. Das ist nicht mein Problem. Sehr freundlich. Echt toll zu sehen, wie viel Freundschaft Ihnen bedeutet. Wie heißen Sie, mein Freund? Mokta ist mein Name. Aber alle werden nett nicht, Mokta. Nein, Monsieur, ich denke, Sie stehen in der falschen Schlange. Es ist auf der Seite. Nein, Einbürgerung, da steht's doch. Ich möchte Algerier werden. Hä? Ich möchte ihm den Tag aus, Mokta. Ich möchte ihn und Baby, da steht's doch auch immer in der falschen Schlange. Wie ist das? Wie ist das? Ich möchte ihn und nicht mehr bei mir. Ich möchte mich noch einmal in den Tag aus. Ich möchte mich noch mal mit dir. Du als zu her?